Es ist ein großen Sprungen aus seiner roten Zeit, wie uns die alten Zungen aus Jesse Garnia und da dein Mühlein bracht, mitten im kalten Winter und zu der malen Nacht. Die Hose, die ich meine, da von Jesaja satt, Maria ist die Heide, die uns als Brüderlein bracht, aus Gottes Segen bracht, als sie ein Kind geboren und blieb doch eine Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen.